ja es ist schon wieder passiert und ich weiß nicht ob ihr das auch kennt aber mir geht das immer so ich fange irgendein projekt an und in dem falle war es der laser den ich euch in dem letzten video schon gezeigt hatte und ich war voll am machen am lasern am ausprobieren am review machen und dann kommt wieder irgendein paket oder irgendein päckchen oder irgendwelche irgendwelche kartons aus china und ich bin dann immer so aufgeregt und reiß dieser kartons auf und will dann wissen was da drin ist und will mich halt auch mit den sachen beschäftigen die ich da ausgepackt habe und ich komme dann so dermaßen von dem eigentlichen projekt ab was ich gerade mache und verfranse mich dann tausend anderen sachen bis ich dann merke okay ich sollte vielleicht wieder dahin zurückkehren mit dem projekt womit ich auch angefangen habe ja wie gesagt ich melde mich mit diesem video zurück nachdem ich wieder so viel gemacht habe und ich wieder gemerkt habe mensch das wäre schon wieder eine sache gewesen warum stellst du nicht einfach die blöde kamera auf und filmst dich dabei und erklärst den leuten was du da gerade machst ja das ist dann meistens schon zu spät die sache ist dann schon gegessen und deswegen fasse ich für euch einmal zusammen was ich hier gemacht habe und ich verspreche dass ich in zukunft die sachen filmen werde und quasi dokumentieren werde und auch wenn sie nicht immer die allerspannendsten sachen sind ich werde sie euch trotzdem zeigen alle sachen die ich jetzt hier euch quasi einmal sagen will oder zeigen will habe ich mir hier mal zu einer kleinen liste zusammengeschrieben weil es einfach so viel ist und ich vergesse sonst meistens die hälfte und wie gesagt das erste war was ich gemacht habe ich habe das intro für den laser gravierer da gemacht und ich zeige euch einmal eine bildschirmeinblendung von meinem videoschneideprogramm und ich habe sage und schreibe fünf stunden an dem ich glaube 20 sekunden intro geschnitten weil ich einfach so viel spaß daran hatte dieses video zu schneiden das halt eins meiner weiteren hobbys die ich habe bis ich gemerkt habe moment mal das ist schon wieder völlig nicht notwendig aber egal vielleicht freute vielleicht freut ihr euch trotzdem darüber dass es ein bisschen schöner geworden dass das intro ja das hat meine erste zeit in anspruch genommen das zweite ist ja ich zeige euch einmal was der laser so gemacht hat dafür nehme ich die kamera ab und ich habe hier so einen kinderstuhl von meiner tochter einfach mal graviert einmal mit so einer prinzessin und einmal habe ich hier so ein song goku graviert den zeige ich euch einmal ganz kurz ja das sind die geschenke um die wir uns gleich noch kümmern werden und hier habe ich dann einmal so ein song goku rein gelasert in diesen stuhl wie gesagt ich habe eine prinzessin auf dem anderen stuhl für meine tochter gemacht hier sitzt quasi papa also ich und auf dem anderen stuhl sitzt dann meine tochter ja das war das erste womit ich mich so halbwegs beschäftigt habe dann gehen wir weiter und zwar zu dem safir oder sehr feier ich weiß nicht wie man es ausspricht egal wir nennen einfach mal safir zu dem safir pro und ich nehme die kamera wieder ab und zeige was ich da gemacht habe so die sachen die hier liegen die müsst ihr erst mal noch kurz ignorieren dazu kommen wir gleich ich habe ja schon erzählt dass die riemen von meinem safir nicht parallel gelaufen sind durch meinen dämlichen völlig unnötigen wasserumbau hier oder wasserkühlungsumbau und deswegen habe ich diese platte ja hier demontiert das ist die platte die hier normalerweise hier diese linearführung trägt habe die einmal abgenommen habe die dann nachgezeichnet in fusion und einmal in kunststoff ausgedruckt die ist natürlich völlig instabil aber da ging es nur darum zu gucken ob die ganzen neuen lochpositionen alle da sind wo sie im endeffekt auch hin müssen als es dann gepasst hat hat mir der moritz l so heißt er der hat mir dann dieses schöne teil hier mit einer zeichnung komplett auch aus komplett aus hochfestem aluminium gefräst und hat mir das zugeschickt auch super schnell hat glaube ich nur eine woche gedauert und ja das habe ich eingebaut das sieht man jetzt hier jetzt sind auch alle riemen ich zeige das mal von der seite jetzt verläuft hier auch alles absolut schön parallel in diesem drucker mit den ganzen riemen zweites problem war an dem drucker und zwar die motoren laufen oder stehen leider an der position die auch nicht optimal ist für diese ganze riemen führung hier und dann habe ich bei thingiverse ich drehe einmal die kamera um dass ihr mich seht ja dann habe ich bei thingiverse gesehen oder mein kumpel basti hat mir gesagt da gibt es so eine datei da kann man sich diese halter neu ausdrucken und den motor neu positionieren ja fand ich eine gute idee aber ich muss sagen ich fand es nicht so eine schöne idee dass die motoren von einem kunststoffteil gehalten werden weil der riemen der jetzt hier verläuft der hat ja doch ganz schön power und das kunststoffteil ich war der meinung das verzieht sich dann so ein bisschen ich habe das dann ein bisschen anders gelöst und zwar ich hoffe man erkennt das jetzt hier mit der kamera und zwar habe ich dieses metall diesen metall halter hier den habe ich einfach auf gedrämelt quasi und aufgefeilt so dass ich diesen kompletten halter hier verschieben konnte in einer richtung und somit konnte ich dann die riemen auch parallel stellen das fand ich ein bisschen schöner weil das halt ganz aber das ganze ding hier halt aus metall ist und einfach auch viel fester und verwindungssteifer ist als das teil aus kunststoff quasi wenn man es drucken würde im selben atemzug habe ich dann auch gleich den optischen endstopp hier eingebaut und wie gesagt es tut mir leid dass ich das ganze nicht gefilmt habe es ist jetzt schon fertig ich verspreche dass ich so eine sachen in zukunft dann auch verfilm werde im selben atemzug habe ich dann den safir pro einfach auch komplett zusammengebaut ich habe es leider auch wieder nicht gefilmt wie ich das ganze montiert habe aber wie gesagt ich verspreche dass ich es in zukunft machen werde und dann habe ich mir auch überlegt ich mache für den safir mache ich gleich noch ein paar schöne dämpfungs füße und in einigen meiner videos hatte ich das schon mal gezeigt so nebenbei ein bisschen ich hatte für den shiron noch mal ganz spezielle dämpfungs füße gedruckt die genau auf diesen unterfuß von dem shiron rauf passen quasi so einrasten und ich fand diesen unteren fuß so schön dass ich mir gesagt habe ich mache jetzt daraus so eine modulare version und dafür wechseln wir einmal rüber da habe ich dann so ein paar prototypen schon mal gemacht und da zeige ich euch wie der verlauf war und auch die konstruktion also das sind die füße die jetzt hier an dem anycubic shiron dran sind und dieses teil rastet quasi in den fuß von dem eigentlichen shiron ein und dann haben wir hier eine dicke fehler unten drunter einen großen teller und darunter ist noch tpu das sieht man jetzt nicht und das ist halt auch ausgelegt für wirklich ein etwas bisschen oder ein bisschen höheres gewicht das habe ich jetzt unter allen füßen drunter sehr klar und das gleiche habe ich mir dann überlegt noch mal für den safir zu machen und hier seht ihr dann die prototypen die dann immer so entstehen wenn ich sowas konstruiere und das war halt dann so die erste version mit zapfen hier in der mitte hier ist eine stützstruktur unten drunter die einfach mal ignorieren da würde jetzt tpu reinkommen hier habe ich dann den zapfen ein bisschen kleiner gemacht und habe hier so kleine rastnasen in der mitte rein konstruiert dass diese feder quasi über diese rastnasen gehalten wird und nicht mehr über den kompletten durchmesser weil das ist manchmal hier ein bisschen sehr stramm gewesen so das war dann die dritte version habe ich den zapfen komplett rausgenommen weil er völlig sinnlos war meiner meinung nach aber diese drei nasen waren trotzdem immer noch ein bisschen zu schwach die stützstruktur einfach mal ignorieren die war nicht so optimal gewählt da ich das mit diesem eingeklebe von dem tpu nicht so schön fand habe ich dann hier angefangen so kleine nasen rein zu konstruieren die dann später den tpu ring halten sollen hier waren sie noch ein bisschen zu schwach hier habe ich sie dann stärker gemacht da habe ich aber die stützstruktur ein bisschen versiebt und das hier ist jetzt die finale version also das obere teil wird einfach angeschraubt an den fuß der eigentlich an dem saft hier dran ist und unten drunter habe ich dann wie gesagt diese nasen dran und dann kann man einfach diese dieses stück tpu nehmen und dann muss mal gucken wie ich das hinkriege so und dann drückt man das ja einfach so rein zack und diese nasen fixieren dann das tpu so dass das im endeffekt auch fest ist da muss man dann nicht mehr mit irgendwelchen klebern rumsauen ich fand das so einfach viel schöner und dann habe ich hier auch noch mal ein paar mehr rast nasen rein konstruiert insgesamt sind es jetzt fünf und damit hält dann diese feder hier auch deutlich besser in diesen dieser bohrung drin ja das war das zu den füßen und die gute nachricht ist ich werde für alle drucker die ich hier habe werde ich dieses system quasi aufbauen das heißt an dieser untere fuß hier der bleibt immer gleich den werde ich immer wieder so belassen sag ich mal und das obere teil das werde ich so anpassen dass es für jeden drucker passt quasi den ich hier habe also für den genius für den sidewinder für den i3 den safir das heißt man muss immer nur dieses teil neu drucken und die bleiben immer gleich sobald ich dieses komplette system fertig habe werde ich euch bescheid sagen dann könnt ihr euch das auch runterladen aber wie gesagt ich bin noch am tüfteln und am ausmessen wie die ganzen anschraubbohrungen für die füße von allen druckern sind die ich hier so stehen habe dann zum nächsten thema ich habe drei pakete oder drei sehr große pakete bekommen die auch nicht in meinem zimmer stehen und dafür nehme ich die kamera und wir gehen einmal sneaky so ein bisschen ins wohnzimmer und ich zeige euch was da noch für pakete sind So also das sind die drei pakete die angekommen sind einmal ist es hier der safir plus oder ist es der safir plus doch ich glaube so heißt der da habe ich schon einmal so ein bisschen reingeguckt weil ich noch neugierig war und die teile sehen wollte Dann ist hier unten einmal der Creality ender 5 plus ein riesen teil da habe ich auch nur einmal reingeschielt und die haben mir von creality auch gleich hier so eine umhausung mitgeschickt wo man das ganze ding dann rein stellen kann das ist wohl auch noch ein mordsprojekt und der dritte große karton das ist dieser hier da hat mir jemand aus der facebook gruppe geschrieben er möchte den drucker so nicht verkaufen weil er halt nicht garantieren kann dass alles funktioniert und ob ich diesen drucker haben möchte und vielleicht eine kleine videoserie daraus mache wie ich den komplett aufbaue ich habe hier einmal nur ganz grob reingeguckt also hier ist wirklich alles komplett wild durcheinander und da werden wir eventuell mal gucken dass wir den von grund auf zusammenbauen und gucken was defekt ist und den vielleicht auch noch ein bisschen upgraden der wird wahrscheinlich nicht bei mir bleiben sondern den werden wir irgendwie mit irgendeiner aktion dann verlosen verschenken an irgendeine Organisation geben also mal gucken da habe ich bin mir noch nicht ganz sicher wie wir das genau machen ja wie ihr seht es sind allerhand projekte hier bei mir in dem zimmer und auch mittlerweile im wohnzimmer die abgearbeitet werden müssen auf die ich mich auch mega freue dann will ich noch einmal mich bedanken an die leute die mir jetzt auch über weihnachten so ein paar geschenke über amazon geschickt haben und zwar dass das einmal ein dankeschön an kai der hat mir hier für meine kamera so ein kleines equipment teil geschenkt was ich an meine kamera anbauen kann dann ein riesengroßes dankeschön an Sascha der hat mir hier so ein Teil für streaming geschickt so ein stream deck damit kann ich dann so hin und her switchen wenn wir das nächste mal wieder stream dann dankeschön an rene der hat mir hier so eine silikon matte geschickt zum löten auch sehr praktisch und zum schluss noch einmal ein dankeschön an philo der hat mir hier so einen kleinen halter geschickt womit man so platinen fixieren kann womit man dann besser löten kann ist übrigens mehr mega geil habe ich schon ausprobiert das ist sehr zu empfehlen so und jetzt kommen wir mal zu den filamenten die ich euch ja versprochen hatte ich habe sowas noch nie gemacht ich habe aber gesehen es gibt da so eine seite da kann ich die url von dem video eingeben und dann sucht er mir da was raus wir machen das jetzt einfach mal und dann gucken wir ran gucken wir uns an wer diese filamente gewonnen hat ich bin jetzt hier auf einer seite angekommen wo ich jetzt hier dieses video eingeben kann und das mache ich jetzt einfach mal und werde die kommentare laden hier seht ihr das ist das video oder das letzte video wo ich versprochen hatte dass ich die filamente verschenke zählt natürlich nicht wenn jetzt einer hier 17 kommentare in das video reingemacht hat das heißt man darf immer nur einen kommentar abgeben ist ja klar das ist ja sonst unfair so und jetzt klicken wir einfach mal drauf und gucken wer wer gewonnen hat so einmal der stefan n hat gewonnen auch von mir irgendwas du kriegst das erste paket also die ersten drei filamente und der nächste gewinner ist der kevin schmidt super okay ja schreibt mir einfach einmal eine e mail die findet ihr auf meiner kanal infoseite und dann kriegt ihr die filamente von mir zugeschickt dann sage ich wie immer vielen dank dass ihr euch mein quatsch hier in meinem zimmer angeguckt habt und dass ihr euch dafür trotzdem noch interessiert die nächsten projekte stehen an ich freue mich euch sie in video form zu präsentieren gebt den daumen gebt dem video natürlich gerne daumen nach oben wenn es euch gefallen hat und abonniert den kanal wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wie immer sehe ich euch dann hoffentlich im nächsten video bis zum nächsten video bis zum nächsten video